Hallo zusammen und herzlich willkommen. Das letzte Video zum Thema Fortnite Gaming PC, das hat natürlich euch als Zuschauer so ein bisschen gespalten. Bedeutet, die einen sagen, ist geil, die anderen sagen, ist doof. Kann ich absolut nachvollziehen, denn Fortnite ist schon sehr schwierig. Ich bin mit Fortnite bisher nicht warm geworden und werde es auch nicht, deswegen das Thema Fortnite ist mit diesem PC dann sozusagen jetzt komplett abgehandelt und wird in Zukunft nicht weiter behandelt. Stattdessen geht es heute weiter mit einem Thema, ja was schon sehr cool ist, muss ich sagen, und zwar mit einer kleinen Zeitreise durch das sogenannte Trident Z-Universum. Vor einigen Jahren hat G-Skill die erste Generation der Trident Z-RGB-Module vorgestellt. Superschöne Module, muss man auch heute immer noch sagen. 2018, Ende 2018 folgte dann etwas, was ja auch natürlich wieder die Masse so ein bisschen gespalten hat, und zwar die sogenannten Trident Z-RGB-Module. Und ich muss sagen, diese Module sind optisch das Beste, was der Markt derzeit im RGB-Arbeitsspeichermodul-Bereich bereitstellt. Ich finde sie nach wie vor einfach geil, aber nur in der Silben-Version in Gold nicht ganz so geil. Nun ist ja Ryzen 3000 seit einiger Zeit verfügbar und das bedeutet, natürlich gibt es auch neuen Speicher speziell für Ryzen 3000 optimiert. Und natürlich hat G-Skill auch da etwas am Start, und zwar die sogenannten Trident Z-Neo-Module. Und ich habe ein solches Kit bekommen und ich dachte mir, es ist einfach der perfekte Zeitpunkt für eine kleine Zeitreise. Und vor allen Dingen ein Vergleich zwischen den drei Versionen und vor allen Dingen auch, dass ich dieses Kit, bestehend aus diesem und diesem dort auf dem Mainboard, mal unter die Lupe nehmen kann. Ich wünsche euch damit viel Spaß, wir legen los, ab geht's! Trident Z-RGB. Der Name steht nicht nur für RGB, sondern auch für Arbeitsspeicher, der super zuverlässig funktioniert. Der Trident Z-RGB ist in der Urversion definitiv auch in Bezug auf Ryzen eine sehr gute Wahl, durch dessen Kompatibilität. Auch höhere Taktraten, abseits von 3000 MHz, laufen selbst mit der sogenannten Arbeitsspeicher-Zicke Ryzen doch sehr gut. Aber es gibt meiner Ansicht nach zwei Minuspunkte bei diesen Speichermodulen. Einerseits die synchrone Beleuchtung von zwei Modulen war bisher nur mit der hauseigenen G-Skill-Software möglich. Und außerdem ist der Speicher rein physikalisch gesehen super empfindlich gegenüber Kratzern und feinsten Staub. 2018 folgte dann die sogenannte Royale-Version, technisch nichts Neues. Dafür aber in Sachen RGB-Beleuchtung auf den ganzen Markt gesehen definitiv sehr weit vorne. Natürlich ist das immer eine Frage des Geschmacks, aber ich persönlich finde, die Royal-Module sind einfach super schön durch diese kristallartige Oberfläche. Und genau solche abstrakten bzw. speziellen Sachen braucht der Markt einfach. Denn der Markt an Arbeitsspeicher bzw. an Hardware an sich ist ja schon relativ eingeschlafen. Unter diesem sehr schönen Heatsreader mit Beleuchtung sitzt dann die komplett identische Technik gegenüber dem normalen Trident-Z-Module. 2019 wurde ja nun, wie eigentlich bekannt sein dürfte, Ryzen 3000 vorgestellt. Und ja, was soll ich sagen, der Arbeitsspeicher oder die Arbeitsspeicher-Problematik ist immer noch da. Also das, was ich hier an Hardware im Durchfluss habe, sehe ich immer wieder problematische Situationen, wo der Endbenutzer dann richtig dumm dasteht. Schönes Beispiel, ich habe ein bestehendes System mit Ryzen 1000 oder 2000er CPU mit B450-Mainboard und möchte jetzt upgraden auf ein Ryzen 3000er-Modell. Das BIOS-Update wird gemacht, die CPU wird erkannt, technisch gesehen, aber das System startet nicht mehr, weil Arbeitsspeicher nicht mehr erkannt wird. Das ist doch total sinnbefreit und auch komplett am Thema vorbei, was AMD sagt. Ja, unsere CPUs laufen auch mit der alten Plattform. Das mag ja alles sein, aber dann doch bitte auch mit der vollen Arbeitsspeicher-Kompatibilität. Und es kann nicht sein, dass Module, die immer gelaufen sind, mit Ryzen 2000 zum Beispiel, jetzt mit Ryzen 3000 nicht mehr laufen. Finde ich super doof, aber dafür hat sich ja G-Skid dann gedacht, wir entwickeln einfach mal Arbeitsspeicher speziell für Ryzen 3000 und Ryzen 3000 mit X570-Mainboard. Ihr seht, ich bin da schon relativ kritisch, was Arbeitsspeicher angeht auf Ryzen 1 bis 3000. Und optisch muss man sagen, unterscheiden sich die Module definitiv von den beiden vorherigen Versionen. Es gibt einen silbernen Teil und die übliche Trident-Z-Oberfläche in schwarz und letztere ist deutlich glatter, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die bisherigen Module, also die Urmodule, wie bereits erwähnt, recht empfindlich waren. Und ich denke, G-Skill hat das Ganze auch erkannt. Komplett identisch ist auch die RGB-Beleuchtung und somit bleibt nur noch der Faktor optimiert für Ryzen 3000. Es gibt diesen Speicher in unterschiedlichen Taktungen und Latenzen bis zu 3800 MHz CL14, was logischerweise sehr teuer wird. Warum jetzt maximal 3800 MHz? Das hängt letztendlich mit dem sogenannten Infinity Fabric der Ryzen 3000 CPUs zusammen. Dieser kann im 1 zu 1 Modus maximal 3800 MHz und höher bringt dann letztendlich nichts. Von G-Skill wurde mir ein Kit mit 32 GB und 3600 MHz CL16 bereitgestellt, was zum Zeitpunkt des Videos 220 Euro kostet. Aber es ist immer noch das günstigste Kit mit 32 GB, 3600 MHz und CL16. Ab 170 Euro gibt es dann das günstigste Kit, ebenfalls von G-Skill, mit 32 GB, dann allerdings auch mit CL19. Die Speicher-Chips stammen nicht von Samsung, schade, damit kommen nicht die supergeilen Samsung B-Dice zum Einsatz, sondern die üblichen von Hynix und damit die gleiche Suppe wie auch schon bei den anderen Trident Z-Kits. Das heißt jetzt nichts Schlechtes, aber es hätte mich gefreut, dass gerade diese Speichermodule, die ja entwickelt wurden für Ryzen mit einer guten Taktung und Latenzzeiten, doch mal auf die Samsung B-Dice basieren hätten sollten. Somit entfällt auch die geile Übertaktbarkeit. Bei meinem Kit war nach 3666 MHz Schluss effektiv also 66 MHz mehr und das bringt mir am Ende nichts. Das Kit ist übrigens auch XMP 2.0 fähig. Bei AMD bzw. auch unter Verwendung eines Asus-Boards nennt sich das Ganze denn zum Beispiel DOCP-Profile. Ich habe drei Kits verglichen, wobei das Royale-Kit in Form des Standard Trident Z-Kits ja wiederum gleichzusetzen ist und ich habe dann noch das Einsteiger-Kit, das super beliebte Aegis-Kit mit dazu genommen. Und dann habe ich das Ganze jeweils getestet und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. In Cinebench ist der Unterschied zwischen diesen drei Kits echt gering bzw. zwischen 3200 MHz CL14 und 3600 MHz CL16 nicht gegeben. In 3DMark Time Spy hingegen sieht das Ganze schon anders aus. Mehr als 8% zwischen dem günstigsten Aegis-Kit in Relation zum Neo und 3% zwischen Trident Z-Standard-Module und dem sogenannten Neo-Kit bezogen auf den reinen CPU-Score. Auch der Gesamtscore ändert sich, wenn auch nur minimal. In puncto Gaming bei Forza Horizon 4 war es einfach eine supergeile Umgebung darstellt für einen Test dieser Art durch den komplett identischen Benchmark-Modus. Und hier ändert sich letztendlich am Gesamtscore nichts. Dafür steigt allerdings von Kit zu Kit die sogenannte CPU-Render-Performance und somit liegen zwischen Aegis und Neo-Kit im Durchschnitt 11 FPS und 10 FPS in Relation Trident Z-Standard zu Neo. Gaming ist nicht alles. Es gibt auch Leute, die machen sich zum Beispiel rum mit Premiere Pro oder ähnliches. Und hier hat mich das ganz einfach mal interessiert, was bringt es mir, eine höhere Taktung zu haben und wie wirkt sich das aus, zum Beispiel bei der Performance im Puncto Export. Und so ergab sich bei der Verwendung des üblichen Testvideos eine Differenz von drei Minuten zwischen Neo und Aegis und eine Minute zwischen Trident Z-RGB und Neo-Kit. Bei diesem Anwendungsszenario bzw. Test-Szenario bei unterschiedlichen Rahmenkonfigurationen muss man sagen, ist der Unterschied zwischen Aegis und Neo auf jeden Fall deutlich erkennbar. Allerdings zwischen Standard Trident Z-RGB und Neo ist der Unterschied relativ gering und hier muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, ob dieser Aufpreis von 30 Euro zwischen diesen beiden Kits für einem okay ist bzw. überhaupt gerechtfertigt ist. Würde ich zum Beispiel ein Ryzen 3000 System bauen, würde ich in Richtung 3600 Mega CL16 oder CL18 gehen. Das ist preislich gesehen okay, denn das, was ich effektiv als Langzeitplus oder Mehrwert habe, eine geringere Renderingleistung, ist mir auf jeden Fall der Aufpreis wert. Meine Freunde, soviel zur kleinen Zeitreise bzw. zur Vergangenheit und zurück in die Gegenwart oder auch zurück in die Zukunft. Wer weiß das schon? Mich würde interessieren, was hältst du von den sogenannten Neo-Modulen? Schreib es mal bitte in die Kommentare. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was du sagst, ob es dir das Ganze wert ist, mehr auszugeben für ein solches Ryzen 3000 optimiertes Speichermodul oder ein Kit sozusagen. Oder du sagst, es ist mir vollkommen Latte, die normalen AEGIS-Module laufen und das reicht mir vollkommen aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Daumen nach oben, soviel wie geht. Teilt das Video und wer noch Neues auf diesem Kanal, der kann gerne abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich und ganz genau. Ciao. 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 Ciao.